Wer nach seinen Vorfahren recherchiert, durchforstet zunächst alte Unterlagen der Groß- oder Urgroßeltern. Vielleicht holt man sich Informationen bei den zuständigen Standesämtern oder den Kirchenarchiven. Führen die Nachforschungen dort nicht mehr weiter, werden Familienforschende an Landes- und Kommunalarchive verwiesen. Das Landesarchiv stellt jetzt weiterführende Online-Informationen zur Verfügung. Für den Einstieg in die Recherche gibt es nun ein kurzes Erklärvideo. In diesem stellt das Landesarchiv sich und seine Standorte mit ihren Beständen für Genealogen und den Suchmöglichkeiten vor. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website unter www.httpslandesarchiv.sachsen-anhalt.de Unter Online-Angebote, Rubrik Informationen für Familienangebote.